Ich plane gerade ein neues Projekt und U2 hilft mir dabei. Ich werde das Rollstuhl fahren lernen. Habe mir super freshe Rollstuhl bestellt. Ich werde mal direkt ausprobieren, was mit diesen tollen Schuhen geht. Heute gibt es Cool Runnings 3. Das sieht gar nicht so schwer aus. Let's try that shit. Ich muss irgendwie mein Bein nach hinten legen, habe ich gesehen in einem YouTube-Video. Und... Drehen! Dancing! Kreise ziehen läuft. Derbe nice! Rückwärts fahren läuft. Derbe night läuft. Derbe nice, let's go! Derbe nice! Derbe jetzt einfach frei! Aber ich kann das alles warm sein. Mir общем, das Iceland выб��. Und das ist so schön.